So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, auch wenn heute Donnerstag ist, aber gestern kam hier der neue Raid Boss her dran und da wollte ich up to date sein und lieber ein Video davon hochladen, bevor das Ende der Woche kommt, wo schon jeder 2 Millionen Videos gepostet hat. Hat zwar gestern auch schon, aber ich dachte, es ist nicht so schlimm, da verschieben wir das einfach um einen Tag, das wird schon gehen. Nächste Woche sicherlich wieder pünktlich am Mittwoch, Raid am Mittwoch. Auch unsere Highlights aus unserer Community und am Ende natürlich wieder der Schocker der Woche, was waren die Fänge, Hunderter, Shinies, Legendäre, alles dabei. Wir wollen jetzt mal reinschauen, es geht los. Angefangen hat die Woche, da habe ich wieder ein bisschen getauscht mit typisch Andy und der hat mir ein Shiny Garados geschickt und das war natürlich sehr alt. Da hat er gesagt, tauscht dir das mal, das wird sicherlich ein Lucky und dafür wollte er ein Mewtwo haben. Hammer gemacht, ist auch Lucky geworden, wie man sieht, die V waren jetzt nicht die Besten, aber er hat seinen Traum endlich erfüllt. Hat ein Lucky Mewtwo bekommen, obwohl hatte der nicht sogar schon zwei oder war das nur auf dem zweiten Account. Auf jeden Fall ging das gut auf, sieht auch gut aus. Ich habe immer noch keinen Lucky Mewtwo, aber ich habe bisher auch noch keine Mewtwos großartig getauscht, für mich, weil ich ja immer Mewtwos weggebe, gegen Shinies, gegen sonst was. Und in letzter Zeit so viel zu tun war, dass ich gar keine Zeit hatte, Legendäre zu tauschen und langsam wird der Beutel wieder voll. Da muss man mal ranklotzen. Wollte ich auch bei Chrysilia immer hin und her oder jetzt einfach bei Herdran, kann man das ja auch jeden Tag mal eins, bis man ein Lucky hat. Und vielleicht hat man so dann auch ein gutes, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir machen fix weiter natürlich. Der Defteris hat nämlich noch einen Shiny Plusle gefunden. Finde ich cool, wenn man während des Events die Sachen findet. Und noch krasser natürlich, wenn man sie außerhalb der Events findet. Das wurde damals nämlich eingeführt, als diese Sommerfest war. Und da war es nichts Besonderes, obwohl da auch nicht jeder eins bekommen hat. Jetzt vor der Haustür möchte er natürlich tauschen gegen ein anderes Shiny. Leider hat er nichts, was ich nicht habe, sonst hätte ich da gerne was genommen. Achso, er will das ja abgeben, oh mein Gott. Ich habe auch noch Plüssel abzugeben und Mino habe ich auch noch ein paar. Und dann ging es wieder weiter. Wir haben schon wieder einen neuen Stop bekommen bei uns, beziehungsweise in Walraps. Ein neuer Stop. Erst gab es eine neue Arena, jetzt einen neuen Stop. Der Brian hat gepostet, er hat in 100% Quiekel gefunden. Was sehr interessant ist natürlich für die Leute, die noch kein Gutes haben. Denn bald kann man ja auch Mammutell entwickeln, aus Kaifel heraus. Und das wird richtig krass und richtig hoch. Deswegen gebt euch das. Habe ich leider nicht bekommen, da war ich nicht in der Nähe. Habe aber glaube ich schon 300er oder 200er von Quiekel auf jeden Fall da und vorbereitet. Wenn dann Mammutell endlich freigeschalten wird. Dann hat Linzira einen Karpilz gepostet. Auch sehr cool, auch sehr selten, dass man das mal wild sieht. Auch ein cooles Pokémon. Habe ich damals aus einem Raid einen 100er bekommen. Aber nur auf einem zweiten Account, glaube ich. Und das ist auch ein Highlight gewesen, das mal wild zu fangen oder mal zu tauschen. Vielleicht wird es ja auch gut. Das ist ja auch ein gutes Kampf-Pokémon. Der Lukdorf, also Thorsten, hat mit Luca ein bisschen getauscht und hat ein 100% Mewtwo bekommen. Einfach nur durchs Tauschen. Wie gesagt, es ist nicht mal lucky geworden, aber ein 100%iges. So kann man es natürlich auch machen. Brian hat gepostet, gegen Ramon zweimal verloren und als Belohnung zwei Sinosteine bekommen. So muss man es machen. Denn ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit wirklich viele Kämpfe gewonnen. Was mich selber überrascht. Ich habe es sonst immer komplett abgelost. In letzter Zeit habe ich eine gute Siegesserie. Einiges Serie, aber ich bekomme immer nur Staub. 300, 500 mal 600. Aber die Sinosteine sind plötzlich so selten. Auch beim PvP, wenn ich sehe, andere, die kriegen am Tag drei oder vier Sinosteine. Drei aus den Kämpfen und einen aus dem Trainieren. Und sogar fürs Verlieren, wie man hier sieht, kriegt man welche hinterhergeworfen. Aber vielleicht soll ich aufhören zu gewinnen und wieder absichtlich verlieren. Dann kriege ich vielleicht auch mal was Gutes. Dann die Disney Chani, da steht immer noch im Ziggi-Zagki, im Zick-Zack-Kinn steht nach oben. Die Disney Chani hat ja jetzt einen neuen Namen. Chani, Disney Chani, 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 Chablabla. Hat ein Shiny Pichu gebrütet. Wie man sieht, da bin ich sehr stolz drauf. Da fehlt mir, glaube ich, nämlich auch noch eins. Und Brian hat ein Bild gefunden von einem Afro-Pikachu, was er auch in die Gruppe reingepostet hat. Da seht ihr ein Pikachu mit einer Smorgon-Perücke. Smorgon-Mütze, wie auch immer. Dann habe ich wieder mal eine Game-4-Entwicklung durchgeführt. Diesmal habe ich mir einen Toggle-Kiss gemacht. Auf Level 40 mit 100%. 3332. Ja, das 33 wäre das noch genialer. Da seht ihr ein Onyx als Croissant. Richtig cool, neues Onyx entdeckt. Sieht auch sehr zum Verwechseln ähnlich. Wenn das so im Spiel wäre, würde ich das noch genialer feiern. Einfach nur vielleicht mal als Shiny, ne? In Croissant ins Spiel reingebracht. Dann gab es wieder eine neue Arena. Denn da oben, die blaue Arena, die ihr seht, neben der roten, war eigentlich ein Stopp. Die Kirche beim Stadtwappen gegenüber ist jetzt auch eine Arena geworden. Alte Kirche beim Krankenhaus. Ja, oder so kann man das auch nennen. So wie es nämlich wirklich heißt. Ist auch eine Arena geworden. Jetzt haben wir genau zwei nebeneinander. Cooles Sache. Und da erscheinen auch mächtig viele Raids dran, wenn ich mal das beobachte in der Woche. Wenn was aufgeht, dann immer da oben. Und da klingt man die natürlich auch gut auf Gold. Dann ist auch gleichzeitig wieder ein neuer Stopp erschienen. Villa Gnügg gibt es jetzt auch als Stopp. Ist bei der Falkenklause, bei dem Restaurant, wo man sehr gut essen kann, sage ich mal. Ein bisschen Werbung, ne? Ist jetzt bei Villa Gnügg auch ein Stopp entstanden. Dann ging es relativ fix natürlich, die Bronzemedaille in der Superliga, Überliga und in der Meisterliga zu bekommen. Da muss man ja nur fünf Kämpfe gewinnen. Und 50 Stück dann natürlich für Silber, 200 für Gold. Gibt es ja Leute, die haben das natürlich schon am ersten Tag gleich hinbekommen. Die Disney Chani hat nochmal gepostet. Die hat immer so ein Pech mit den Arenen. Die setzt sich in Thema immer, wenn sie Richtung Schule fährt, in eine Arena. Und fünf Minuten später fliegt die dann immer raus. Da seht ihr auch, Ramon hat hart gekämpft und ist zurückgekehrt mit fünf Münzen. Warum sie das Ramon genannt hat? Ja, das habe ich ja glaube ich mal getauscht oder so. Weil sie noch keins hatte und sie mir noch ein paar Luckys gegeben hat oder ein paar andere Sachen. Deswegen der Ramon, der kleine dicke Ramon. Sehr schön. Der Bockwurst King hat einen Shiny Zobiris. Und nicht nur das, er hat einen Lucky Shiny Zobiris. Jetzt passt der Hintergrund auch zum Pokémon und zur Pokémon Farbe selber. Dann bin ich aufgestiegen mit dem Mutti. Beste Freunde geworden. 200.000 Erfahrungspunkte wieder mitgenommen. Richtig krass aufgestiegen. Ist auch der Lukas. Er hat nämlich endlich Level 40 erreicht. Er ist auch jetzt im Club der 40er angelangt. Also Grüße gehen raus an Lukas. Coole Sache. Dann war es so weit. Bei die Vögel kamen ja zurück. Lukia Ho-Oh. Da gab es auch... Das Bild finde ich einfach toll. Das finde ich schön. Besser als nur so ein Screen. Einfach so abfotografiert. Meistens sieht es alles aus wie Kacke. Aber das strahlt richtig. Das sieht cool aus. Das edle Lukia als Shiny bekommen. Und ihr wisst, die haben ja eine 100% Fangquote. Die könnt ihr also direkt mit dem gelben... Mit der gelben Beere. Einfach immer direkt eintüten. War leider nicht meins. War von Crazy O. Den ich mal mitspielen sollte. Weil da noch gar keins hatte. Und das mache ich ja natürlich. Ich bin ja so ein guter Mensch. Oh mein Gott. So hatten wir auch noch einen Account mehr. Mit dem wir kämpfen konnten. Also hat es für jeden Vorteil gehabt. Und da hat er sich natürlich auch riesig gefreut. Sein erstes Lugia. Und ein Shiny gleich dazu. Richtig coole Sache. Das ging auch richtig ab dann an den Tagen. Wie ihr seht hier die neue Arena. Da ist das Lugia auch schon auf. An den anderen. Lazarett, Dino, Stolpersteine. War es noch zu. Aber das war toll. Dass da wieder mal richtig was los war. Denn es vergehen Tage. Da erscheint wirklich kein Fünfer. Und dann gibt es vielleicht ein oder zwei am Tag verteilt. Obwohl wir mindestens jetzt schon 16 Arenen haben. Aber da war wirklich was los. Da konnte man gleich nacheinander durchweg einfach mitnehmen. Und sich gönnen. Das Wochenende über. Coole Sache also. Und die Linzira hat natürlich wieder den Vogel abgeschossen. Und zwar ein hundertprozentiges Lugia gestern gefangen. Hundert Prozent Lugia. Glückwunsch dafür. Ich habe immer noch keins hochgezogen. Und das kommt sogar auf 3703. Würde ich also auf jeden Fall hochziehen. Wenn sie genügend Bonbons hat. Weiß ich nicht. Aber ich habe ja immer noch 400 Sonderbombs übrig. Würde ich auf jeden Fall nehmen. Da reinknallen. Dann hat sich noch ein gestern geklickert. Ein hundertprozent Zubat hinterher. Ja zum Sammeln geht das immer. Man macht jetzt nicht wirklich was. Das ebenso geklickert. Auch von Linzira. Ein Shiny Stolunior mit 78 Prozent IV. Ich würde sagen der gestrige Tag war erfolgreich. Nun auf beiden Account 1. Sie hat jetzt also. Ich hatte auch die Linzira. Und die Mutti ist ja dasselbe. Die mit der ich aufgestiegen bin. Und die hat jetzt ein Shiny Absol. Also auf ihrem großen und ihrem kleinen Account. Auch coole Sache da natürlich. Ich habe leider nur eins. Sie trumpft mit 2 auf. Auf jedem. Mir reicht da eins. Wenn ich da eins habe. Und das ist dann wurscht. Dann habe ich was bekommen. Was war das? Achso. Sandra. Pupsi meine ich. Hat gemerkt. Dass sie ja noch einen ganz alten Account hat. Den sie früher mal erstellt hat. Da waren auch noch alte Pokémon drauf. Und ich habe schon ewig einfach ein Retan gesucht. Als Lucky. Genauso wie Nidoran. Das männliche. Da hat sie mir einfach 2 Stück geschickt. Die habe ich dann auch gleich entwickelt. Jetzt endlich also auch Retan und Arbok. In der Lucky Sammlung. Genauso wie Nidoran. Nidorino. Nidor King. Weil die von 2016 waren. Und sie hat natürlich dann nichts drauf gehabt. Sie hat dafür ein paar coole Sachen bekommen. Leider kein Mewtwo. Denn das hatte sie noch nicht. Das hätte sonst eine Million gekostet. Dann habe ich ein Gekka-Boar gebrütet. Mit 98%. Da warte ich jetzt natürlich wieder auf den Community Day. Wird ja sicherlich einer kommen. Mit den Startern sowieso. Das neue Update ist so groß. Das ist schon größer als ich selber dachte. Schon bei 120%. Ja, das seht ihr. Eigentlich 54 MB groß. Und jetzt hat es schon 67 von 54 runtergeladen. Und ist bei 124%. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Wunder, dass die Leute gar keinen Platz für Updates oder sonst was haben. Der Tobi Alpha. Glückwunsch auch. Hier hat auch ein Shiny HO gefangen. Scheint auch sein erstes HO überhaupt zu sein. Denn er hat gerade mal drei Bonbons. Richtig coole Sache. Wow. Für mich der Jackpot. Und wieder Linzira mit einem 98%igen Shiny Lungia. Neben dem 100%igen. Also auch ein 98er Shiny. Sehr coole Sache. Glückwunsch. An der Stelle. Der Alex hat uns gepostet. Also sick. Oder auch Alex genau. Hat 100% Landhorn bekommen. Wahrscheinlich aus der Feldforschung. Habe ich auch noch nicht. Kein 100er davon. Junge, die Frau fliegt fast weg da unten. Das ist wohl ein bisschen windig. Schirm eingepackt. Genau. Habe ich leider auch noch keins. Aber mit dem Ding macht man ja eh nichts. Für die Sammlung wäre es trotzdem cool. Ein Riesendank geht raus an Ramses. Den alten Raidgott. Der Philippone war nämlich am Wochenende leider verhindert. Und so habe ich seinen Account ein bisschen mitgenommen. Da für ihn ein paar Rates gemacht. Und da hat er auch ein 96%iges Shiny Lungia bekommen. Am allerletzten Raid. Am Montagabend. Am Lazaret. Kurz vor. Na, wann war das? Ja, kurz vor 21 Uhr. Wie man sieht, steht ja oben. Hat er noch einen Shiny Lungia bekommen. Das hat ihm auch gefehlt. Er hat zwar schon einen Lungia gehabt, aber keinen Shiny. Hat er also, dank mir natürlich. Und weil es so schön ist, Nummer 2. Ramses, du alter Vogelfänger. Das habe ich ihm am Vortag, glaube ich, geholt. Oder am selben Tag. Mittags irgendwann. Auf jeden Fall auch ein Shiny HO. Oh, jetzt hat er also auch beide in seiner Sammlung. Richtig coole Sache, natürlich. Ich leider gar keins bekommen. Weder auf einem kleinen Account, noch auf einem großen Account. Obwohl ich die drei Tage, also Samstag und nach Montag durchgerotzt habe. Nichts bekommen, aber ich hatte ja schon welche. Dafür habe ich mein bestes Grissel bekommen. 96% mit 15, 15, 13. Was ich nicht hochgezogen habe. Ihr seht, das kommt ja nur auf 2.800. Das wäre es mir nicht wert. Aber im Endeffekt habe ich wenigstens eine 100% Fangquote aufrechterhalten. Konstant durchgezogen. 34 von 34. Gute Sache. Aber da sieht man, da habe ich nicht so viele gemacht. Bei anderen habe ich ja da 70, 80, 100 legendäre Raids. Aber da nur 34, weil das Ding fand ich jetzt echt nicht so nützlich. Trotzdem alle bekommen, die ich gemacht habe. Sehr schön. Horst of Death. Also der Horst, die zeigt uns noch. Noch was für den Schocker der Woche. Das schlechteste Grissel, ja, was man wohl bekommen kann. Aus dem Raid mit 10, 10, 10. 67% IV. Glückwunsch natürlich. Schocken tut es mich nicht. Nehmen wir trotzdem so mit rein. Dann der Horst, die auch noch. Die Shiny-Familie komplett. Denn er hat jetzt ein männliches und ein weibliches Shiny-Absol. Der Tobi hat gepostet. Pokémon Go ist auch in Bayern angekommen. Pokémon Go, da könnt ihr ein Maßbier fangen. Mit WP 620. 169 Bälle. Das ist natürlich eine lustige Idee. Also wenn es da so eine Verarsche gibt, einfach mal angepasst. Wo dann auch Bratwürste rumfliegen. Oder Weißwürste. Irgendwas. Das würde ich auch zocken. Dann hat das Weihnachtsevent natürlich begonnen. Die Vögel waren weg. Das Weihnachtsevent hat begonnen. Und wie kann es anders sein? Den Sira. Um halb zwölf. Also eineinhalb Stunden nach Eventbeginn. Ein Shiny-Botogel. Darauf sind ja viele Leute aus. Viele waren genervt, dass das schon wieder zurückkommt. Aber das ist doch cool. Das kommt nämlich nur zur Weihnachtszeit. Und beim zweiten Besuch jetzt ist es auch als Shiny da. Sie hat schon eins. Ich hoffe, ich kriege auch noch eins. Da braucht man wenigstens nur eins. Dann ist das Ding abgehakt. Aber es sieht cool aus. Mit diesem seichten lila Mantel. Anzug. Wie auch immer. Und vor allem der Sack ist weiß. War der nicht braun? Dann hat sie ein bisschen getauscht. Wie man sieht. Und hat sich ein 98er Weihnachtspikachu getauscht. Er tauscht. Auch coole Sache. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe mit den Luckys mich so übernommen. Dass ich die jetzt anders angehen werde. Dann der Ich. Ist glaube ich der kleine Lukas. Hat ein 100% Traunfugil entwickelt. Zum Traunmagil. Auch Glückwunsch an der Stelle. Habe ich auch noch nicht gemacht. Da fehlt mir noch der Eintrag. Muss ich noch nachholen. Ich habe ein gutes erst mal. You might. Das wurde brein. Der hat ein 21,24er vom Heatran. Denn das ist ja jetzt auch endlich da. Heatran in den legendären Raids. Ein 93%iges Heatran bekommen. Pupsi hingegen. Die hat dem Ganzen wieder die Krone aufgesetzt. 21,40. Wenn man es oben lesen kann. Hat ein 98%iges Heatran bekommen. Und ihr seht. Das kommt auch auf 3,746. Also das würde ich auf jeden Fall hochziehen. Ist ein cooles Teil. Besser als Chrysalia. Sieht besser aus. Erreicht mehr WP. Und vielleicht kann man es ja doch einsetzen als Feuerangreifer. Es kann sogar Steinkante wie man sieht. Wer da also keine guten Rionios hat. Kann damit vielleicht auftrumpfen. Ja, mein Bestes war dann leider nur ein 91er bisher. Sechs Stück habe ich jetzt glaube ich gemacht. Und genau, sechs Stück. Heute waren natürlich noch mehr da. Aber was heute passiert ist, seht ihr dann ja in der nächsten Folge. Nächste Woche Mittwoch. Da ist einiges passiert. Das wissen wir jetzt schon. Seht ihr dann aber beim nächsten Mal. Und jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Und in der Schocker der Woche war jetzt diesmal zum Thema Pass. Habe ich hier für euch ein 100% Shiny Ho-Oh. Passender könnte es nicht sein, da die Vögel jetzt da waren und wieder gegangen sind. Ich poste es immer wieder gern. Jasmin Klausen mit einem 100% Shiny Ho-Oh. Sehr coole Sache. Würde ich natürlich auch hochziehen. Ich finde, da sieht das Shiny auch richtig edel aus. Und den zweiten suchen wir euch jetzt noch raus. Denn es waren ja zwei Vögel. Deswegen haben wir auch zwei Schocker der Woche für euch. Und hier natürlich das zweite. Denn auch ein 100% Shiny Lugia darf nicht fehlen. Mit 15, 15, 15. Und das Ganze von Michael Kies. Kies, Kies, Kies. Michael Kies mit einem 100% Shiny Lugia. Bam. Das würde ich auch hochziehen, weil ich habe ja immer noch keinen Lugia hochgezogen. Aber das würde sich natürlich dann endlich mal lohnen. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Das war es von Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ja, Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder. Und bis dahin, schön weiter zocken. Suchtet nicht so hart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis dahin, Peace out. 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 Bis dahin, Peace out.